Bundesregierung und Stromkonzerne haben sich auf eine Entschädigungssumme für den beschleunigten Atomausstieg geeinigt. Nach Angaben der beteiligten Ministerien sollen RWE, Vattenfall, E.ON, Preußen Elektra und EnBW insgesamt 2,43 Milliarden Euro bekommen. Als Ausgleich für entgangene Gewinne und getätigte Investitionen. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima vor zehn Jahren hatte der Bund entschieden, deutsche AKWs schneller als geplant vom Netz zu nehmen.